Aufstieg und Fall der Otonen Die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Otonen ist eine faszinierende Periode in der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches. Lassen Sie mich Ihnen diese spannende Geschichte näher bringen. Ich freue mich sehr, dass in letzter Zeit viele neue Leute auf meinen Kanal gestoßen sind. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass sich unter jedem meiner Videos eine kleine Literaturliste mit den von mir verwendeten Quellen befindet. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, vor allem Philipp, der sich das Thema gewünscht hat. Aufstieg der Otonen Die Otonen, auch als Ludolfinger oder Sachsen-Dynastie bekannt, stiegen im 10. Jahrhundert in die politische Macht in Deutschland auf. Ihr Aufstieg begann mit Heinrich I., der von 919 bis 936 regierte. Er war der erste König aus dem sächsischen Adelsgeschlecht und legte den Grundstein für die otonische Herrschaft. Heinrich I. festigte die sächsische Stammesstruktur und etablierte ein zentralisiertes Königreich. Der wahre Höhepunkt kam jedoch mit Otto I., auch bekannt als Otto der Große. Er regierte von 936 bis 973 und wurde 962 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Otto I. erweiterte das Reich erheblich, indem er Gebiete in Italien eroberte und die Herrschaft über die slawischen Gebiete im Osten ausdehnte. Seine Krönung zum Kaiser markierte die Geburt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und die Machtstellung der Otonen in Europa. Blütezeit und kulturelle Entfaltung Während der otonischen Ära erlebte das Reich eine Blütezeit in Kunst und Kultur. Unterstützt von ihren Herrschern wie Otto dem Großen und seinem Nachfolger Otto dem Zweiten, förderten die Otonen die Architektur, Literatur und Bildung. Dies führte zur Entstehung beeindruckender Bauwerke wie dem Aachener Dom und der Stiftskirche in Quickelnburg. Die otonische Buchmalerei und Literatur trugen ebenfalls zur kulturellen Entwicklung bei. Herausforderung und Niedergang Trotz ihrer Erfolge waren die Otonen mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Externe Bedrohungen von den Ungarn und Slaven im Osten sowie innere Konflikte mit aufständischen Stammesführern stellten ihre Herrschaft auf die Probe. Der Niedergang der Otonen begann mit nach dem Tod von Otto dem Dritten im Jahr 1002. Es folgte eine Periode des politischen Chaosses und der Rivalität um die Macht. Das Fehlen eines starken Führers führte dazu, dass das Reich an Einfluss verlor und fragmentiert wurde. Schließlich endete die otonische Dynastie im Jahre 1024 mit dem Tod von Heinrich II. Die saalischen Kaiser übernahm die Herrschaft über das Heilige Römische Reich und die otonische Ära endete. Erbe der Otonen Obwohl die Otonen als Dynastie endeten, hinterließen sie ein bedeutendes Erbe. Ihre Bemühungen zur Stärkung des Zentralstaates und zur Förderung von Kunst und Kultur legte den Grundstein für die weitere Entwicklung des Heiligen Römischen Reiches und Deutschlands. Die otonische Ära bleibt ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte und ein Symbol für die Stärke und Pracht des Mittelalters. Die Geschichte der Otonen ist eine faszinierende Saga vom Aufstieg und Fall, von politischem Geschick und kultureller Blüte, die die Geschichte Europas maßgeblich geprägt hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auch, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Und bis dahin, alles Gute!